Willkommen zu diesem ersten Tutorial über den eDucato, das Nutzfahrzeug, das zu 100% elektrisch und zu 100% Ducato ist. Es hat die gleichen Funktionen wie die Ausführung mit Verbrennungsmotor und ist als Kastenwagen oder Fahrgestell mit Einzelkabine erhältlich. Der eDucato hat eine Leistung von 90 kW, starke 280 Nm maximales Drehmoment und wird durch Hochspannungsbatterien gespeist. Er kann mit drei Modulen zu 47 kWh oder fünf Modulen zu 79 kWh für eine Reichweite bis zu 370 km nach WLTP ausgestattet werden. Als erstes ist zu beachten, dass ein Elektrofahrzeug genau wie ein Verbrenner gefahren wird, abgesehen von ein paar mit der innovativen Technologie verbundenen Besonderheiten, die ermöglichen, die Batterieleistung optimal zu nutzen. Bevor wir beginnen, sollten wir uns die Steuerfunktionen, das Kombi-Instrument und das neue Steuergerät ansehen. Links auf dem Kombi-Instrument befindet sich der Kilometerzähler, rechts hingegen sehen wir die Öko-Coaching-Anzeige, die uns in Echtzeit Hinweise zu unserem Fahrstil liefert. In der Mitte befinden sich die Anzeige des Batterieladezustandes und die Öko-Index-Anzeige. Diese liefert uns einen Überblick über unseren Fahrstil vom Einschalten bis zum Ausschalten des Motors. Auf der linken Seite sehen wir das Steuergerät, eine zusätzliche Tafel mit Informationen über das Fahren mit Batterie, die vom Leistungsfluss beim Beschleunigen oder Verlangsamen bis hin zur Programmierung des Ladevorgangs der Batterie reichen. Zu unserer Rechten befindet sich schließlich der Wählhebel, mit dem das Fahrzeug in Gang gesetzt wird, die Funktion E-Coasting und die Funktion E-Sailing aktiviert und der Rückwärtsgang oder Leerlauf N eingelegt werden kann. Wenn das Fahrzeug stillsteht und der Wählhebel auf Leerlauf N geschaltet ist, sorgt die Sicherheitsfunktion Hold H für die Aktivierung der automatischen Bremse, sobald der Sicherheitsgurt gelöst und die Tür auf der Fahrerseite geöffnet wird. Zur Sicherheit sollte jedoch zusätzlich immer die mechanische Handbremse betätigt werden. Bitte beachten Sie, dass Sie sich vor dem Start des Elektromotors anschnallen. Wenn wir nun den Elektromotor starten, fällt uns zuallererst auf, dass wir nichts hören. Mit dem Wählhebel in der Leerlaufposition N dreht man den Schlüssel zunächst auf Key On zum Einschalten des Kombiinstruments und dreht ihn dann bei gedrücktem Bremspedal noch eine halbe Drehung weiter. Das Fahrzeug ist startbereit, wenn auf dem Kombiinstrument der Hinweis Ready erscheint. Indem man den Wählhebel in die Position D, Drive oder R Rückwärtsgang stellt, kann man dann losfahren, jedoch erst nachdem man die Handbremse gelöst hat. Ist der Sicherheitsgurt nicht angelegt, fährt das Fahrzeug nicht los, wenn der Wählhebel auf D oder R gestellt wird. Ein akustisches Signal und das Blinken des entsprechenden Buchstabens auf dem Kombiinstrument weisen darauf hin, dass das Fahrzeug nicht starten kann. Es genügt, den Wählhebel auf N zu stellen, den Sicherheitsgurt anzulegen und den Hebel erneut in die Position D oder R zu bringen. Dann leuchtet der entsprechende Buchstabe auf dem Kombiinstrument kontinuierlich und man kann losfahren. Wenn man ein Parkmanöver mit niedriger Geschwindigkeit durchführen möchte, kann man die Tür öffnen, um die Umgebung zu überprüfen oder den Sicherheitsgurt lösen. Achtung, man kann jedoch niemals beides gleichzeitig tun, da das Fahrzeug sonst aus Sicherheitsgründen die Bewegung unterbindet. Wir können nun losfahren. Das einzige hörbare Geräusch geht von der Fußgängerwarnung aus, einem System, das ein Geräusch erzeugt, um Fußgänger vor der Annäherung des Fahrzeugs zu warnen. Dieses System aktiviert sich beim Starten des Motors und bleibt hörbar, solange die Geschwindigkeit nicht über 25 km pro Stunde steigt. Ein erster positiver Eindruck, den man am Steuer erhält, ist die gute Beschleunigung des Motors, eine für den Elektroantrieb typische Eigenschaft, da dieser sofort das gesamte Drehmoment zur Verfügung stellt. Man sollte sich jedoch nicht zu sehr vom guten Gefühl mitreißen lassen, denn das hat Auswirkungen auf die verfügbare Energie. Bei einem Nutzfahrzeug bedeutet die sofortige Verfügbarkeit des gesamten Drehmoments nicht nur ein höheres Fahrvergnügen, sondern vor allem, dass der Motor auch bei voll beladenem Fahrzeug und auf jeder Strecke schnell anzieht.